Ehm, was wir jetzt eigentlich nicht kurz gehoogelt haben, aber... Du kannst mir unbedingt diese Teile dafür sehr hart als Auto kaufen. Jetzt. Okay, let's go. Ähm... Ja, schieß jetzt mal auf mich. Gucken wir mal um kurz die anderen auf die Uhr. Ja. Okay. Deine liegt auf jeden Fall schon mal auf dem Dach. Hat er gut gemacht. Ähm... Aua. Alte meiner Macht. So. Es sind hier Gegner. Können sich auch nur umdrehen. Tödelü. Ne, Tödelü. Oh. Da ging es auch direkt. Kaputt machen. Kaputt machen. Geh mal weg. Schlechte Idee. Alter, hab ich den Schaden gemacht. Geben die mir. Rückzug. Oh Scheiße. Hinter. Hinter uns. Hinter uns. Unhinter. Vor uns. Hinter uns. Ah. Okay. Ähm. Chaos. Activated. Zerstörung. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der hat Level 6. Aber aus dem Druck. Der soll auch schon mal kurz kommen. Alter macht der mir Schaden. Hui. Geh drauf. Oh mein Gott. Nein. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach so. Er hat da Level 3. Er hat ganz oben drauf. Oh Gott. Von oben auf. Hilfe. Ja da ist er. Da ist er doch. Du wichser. Alter. Nein. Gibt der dir? Nein. Nein. Jetzt bist du tot. Lol. Ja. Okay. Wie geil da. Wer hat sie so mitgebracht. Okay. Nicht so nach. Ja okay. Team defeated. Die Friede. Der Schiefer war mal über mich. Hammer. So. Ähm. Fett. Äh. Joa. Warum denn nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Tänk. Tänk. Der schon mal gleich voll Schaden abgekriegt hat. Ja zwei Prozent. Sechs. Ahja das war meiner Ich habe bestimmt bis dahinten gestartet Aber der kriegt grad voll Schaden Ich will auch mal nicht machen Komm weiter Der fährt zu deiner Anfangsposition Den geben wir auf die Klappeien Ich hab den 7.000 gegeben Auf ihn mit Gebrüll Der schießt denn da so komisch. Ja, Sigi, Junge! Ohne umzufallen. Das ist nicht sinnlos rumballern. Der ist auf dem Weg zur Mitte. 400 Schaden. Ihm kauen Schaden. Jetzt frisst der Junge. Jaaaaa ר pick. Bawawawawawwawaww. Last to trouble hey. Kaputt. Alter, was hat das Hero abgegeb signific? Ja. Alter, Hero-Bonus, 10.000. Ähm, warum krieg ich keinen Hero-Bonus? Ich war voll der Hero, ich bin da voll so opferbereit reingefahren und hab... egal. Krieg's auch nicht genug. Wer hat denn den Park reingeschrieben? Deine ... 팀. ... Genau! Hinsicht festам wohlsteht culminope bei mir nicht sie kann sie keinenventional beim Panzer was nur eins bekannte vorne 4 hier oder so 3 4 6 weil sie nicht kann ich habe gesehen auch mal schon keine Ahnung welche dringeklatscht hat Prozent nur langweilig oder als sie jetzt Prozent und so kirsten oder über die aber ordentlich über deinen Kopf sie waren jetzt habe ich aber Er hat mir auch Schaden gegeben. Meine ganze Front ist weg. Und nochmal Schaden. Ja, jetzt merke ich jetzt auch, was da ein Tank ist. Alter, wie kann er mir so viel Schaden geben? Er hat mir 14.000 gegeben. Lol. Ey, du Teleporter! Und cool. Ich hab da genau gesehen, der hat sich so ein Stück nach vorne gebeamt. Der will mal sich bitteschön beamen. Und immer ne schlechte Leitung hat. Nächstes Battle. Ah, und ich muss mein Headset neu aufsetzen. So. Warte, jetzt muss ich aber nochmal kurz was ausspielen hier. Ne, ok. Funktioniert nicht. 7 sind wieder auf 10. Lol. Lol. Nochmal was bitte? Kein Deutscher. Ne. Oh, ich hab den Looterplatz erwischt. Ha, ich hab den geilsten Platz erwischt. Auf der anderen Seite und ganz hinten. Ah, ja, ich seh den. Hallo. Oh.